Ja, hier schon sicher, genau, Bronze. Das ist eigentlich immer das Schönste. Du weißt, du hast schon eine sicher. So, dann schauen wir mal, wie hoch es geht. Hier ist Sol & Jody für Team USA. Beginnt mit einem Doppel-Salto vorwärts, gebückt aus dem Anlauf. Schöne zweite Bahn auch. Radwende, Flickflack, Doppel-Salto rückwärts mit zwei Schrauben. Doppelschraube vorwärts mit einem kleinen Hüpfer nach hinten. Auch bei der eineinhalb Schraube ein großer Hüpfer nach vorne. Zweieinhalb Schraube zum Streck-Salto. Und jetzt die Vorbereitung für die Abgangsbahn. Dreieinhalb Schraube mit einem kleinen Hüpfer. Ja, das kann, kann sehr eng werden. Keine schlechte Übung vom Amerikaner. Ja, und wir sehen hier auch im Bio-Zeit immer noch einige... ... ... ... ...